Heute ist ein guter Tag, dass ihr macht, was ihr sagt, ist, was ihr schaut. Also, Freunde, ich würde es nicht riskieren und jetzt direkt ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Mois, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute werden wir einfach mal mit Tata einfach ein bisschen random Teams zocken. Und, Freunde, ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, was wir so für Leute treffen. Ich würde sagen, Tata, bist du am Start? Ja, es geht. Okay, perfekt. Ich würde sagen, Freunde, wir gehen jetzt direkt auch in die Random Teams Lobby. Ja, Freunde, falls euch diese Videos hier gefallen, könnt ihr gerne auf kostenfrei Ehrenwunderbar ist ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Das würde mich sehr krass freuen. Ansonsten könnt ihr noch gerne ein Like droppen. Kurz geht raus, beste Community. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir starten direkt. Let's go. Stop, stop, stop. Eine Sache haben wir noch vergessen, Freunde. Und zwar, Tata möchte euch noch was sagen. Ich suche auf jeden Fall noch ein paar Leute, mit denen ich ein bisschen spielen kann und so. Deswegen kommentiert euch gerne euren Epic-Namen in die Kommentare. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt in die Runde rein. Let's go. Oh, hallo, kann hier jemand Deutsch? Hallo, hört mich jemand? Hallo? Hört mich jemand? Ähm, wir müssen noch, wir müssen noch Spiel, äh, Spielchat. Ach so, wir sind noch gar nicht Spielchat. Oh mein Gott, ich bin so lost. Ja, Tata, lass schnell wechseln, okay? Ja, let's go. Hallo, Bro, kannst du Deutsch? Hallo? Hörst du mich? Hallo, hallo? Jo, jo, was geht ab, Digga? Bist du Deutscher? Ja. Ehre, ehre, ehre. Okay, Bro, dann lass direkt hier runter. Schau mal, lass hier unten landen, wo ich markiert hab, okay? Lass direkt da vorne landen, Brudi. Und seit welcher Szenen spielst du, Digga? Äh, seit Season, also eigentlich seit Season 2, aber ich hab in Season 5 erst wieder angefangen. Also ich hab halt in Season 2 gespielt und hab dann aufgehört. Ach so, ja, alles easy, Bro, perfekt, Digga. Und du bist auch Deutscher, ne? Okay. Ich find's grad ein bisschen komisch, dass wir nur zu dritt reinkommen sind. Aber egal, lass uns die Runde easy gewinnen, lass ein paar Wins holen. Und Tata ist auch mit dabei, deswegen lass einfach direkt gewinnen, okay? Come on, let's go. Warte mal. Bist du ein Mädchen? Ähm, ja, denke mal Siedmann, oder? Oha, du bist ja voll die süße Stimme. Hä? Ja, danke, aber... Ey, Jungs, Jungs, Bro, Bro, Schlimmer, hier sind Gegner, Digga. Lass dich erst mal klappen, okay? Danach kannst du weiter flirten. Was geht denn bitte bei dir, Digga? Machst du was mit jedem Mädchen, den du in random, äh, dass du in random Dus triffst? Oder? Ne, aber sie hat halt voll die süße Stimme. Ach so, ja, alles gut, Digga, alles gut. Okay, dann lass einfach Digga eine gechillte Runde zocken, okay? Ja, bist du so. Äh, ich bin 14, und du? Ah, ich bin 15. Okay. Und wo kommst du so her? Hä? Bro, chill doch mal, wir songen doch Fortnite. Chill doch einfach ein bisschen. Digga, gehst du... Digga, gehst du... Was bist du denn, ich bin ein Geier, Junge? Hä, warum nicht? Hä, warum rätst du nicht mit mir? Ja, weil ich will mit ihr reden. Mit ihr, warum? Warum mit ihr und nicht mit mir? Ja, weil du mich nicht interessierst. Okay. Ja, dann rät halt mit dir. What the fuck? Nimm eine Match. Eine Match. Äh, ja, passt. Ah, Match sind die für mich, Bro, sind die für mich? Nicht du, nein, nicht du. Für wen sind die? Ja, die sind für, für das Mädchen. Äh, Tata, was geht hier ab? Ich hab keine Ahnung. Hä, wieso gibst du jetzt deine Match? Ja, weil sie hat, sie braucht die mehr als ich. Okay. Nein. Wolltest du jetzt bleiben? Nein, hä, ist krass gut. Außerdem müssen wir sie beschützen. Du bist ja voll hübsch, Alter. Hä? Ja, danke. Das ist richtig komisch, Bro. Warum machst du jetzt durch den Kompliment? Lass doch einfach zocken. Lass doch einfach ganz die Shit vorne zocken. Bist du eigentlich ihr Freund? Echt? Nein, warum? Du bist doch safe, ihr Freund. Du lügst. Nein, ich bin nicht ihr Freund, Bro. Was geht eigentlich bei dir? Du bist komplett am Längen bei mir. Hä? Ich schwelle, Community, die Leute in Random Squats, die sind so komisch. Schau mal, wo der hinskommt. Der ist doch lost. Ach komm. Herr Tata, was geht bitte bei dem? Ich hab keine Ahnung. Passiert das öfters, dass die Jungs einfach so random Komplimente machen in Random Squats, oder? Eigentlich nicht. Lol. Hey, warte mal. Josh, Bro, bist du da? Hallo? Ey, ich glaub... Ja. Bist du da, Bruder? Hallo? Ja, bist du da, hallo? Ey, Tata, ich glaub, der ist ein bisschen komisch. Ey, ich frag mich, was der gerade macht. Das kommt irgendwie voll komisch rüber. Schau mal, der gibt dir die ganze Zeit Komplimente und sowas. Und jetzt bleibt er stehen, hä? Äh, äh, es gibt echt komische Leute in meinem Büro. Hallo? Hallo? Hast du mich, Bro? Hallo? Könnt ihr mich hören? Ja, wir hören nicht, wir hören nicht. Hallo? Der ist so verwirrt, der arme Mann. Hallo? Hallo? Ey, lass mal zum... Komm, 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 lass mal zum... Ey, Bro, warum bist du so komisch drauf, Digga? Lass doch einfach ganz normal Fortnite zocken. Was für komisch. Ich bin doch nicht komisch. Ey, Bro, sag mal, willst du Tata klären, oder was willst du machen hier? Also, ich will... Sie ist meine. Sie ist deine. Ich will, ich will neben mir sitzen. Wieso sitzt du neben mir? Sie sitzt halt neben mir, ich bin der Fahrer, Bro, was soll ich machen? Ja, ich will fahren. Ich will, dass sie neben mir sitzt. Jetzt kann man ein bisschen runter. Nee, aber das will ich nicht. Ich kenn dich nicht mal. Ja, dann lass doch kennenlernen. Hast du Insta? Ja, aber die geb ich nicht. Wie der direkt auf Insta geht, lol. Ey, Bro, sei mal ehrlich, jetzt unter uns zweien, okay? Willst du was von Tata, oder was geht hier ab gerade? Sie ist voll nice. Hey, du kennst sie doch gar nicht in real life. Ja, aber sie hat voll die süße Stimme und so. Und sie hat den voll süßen Skin. Sie hat voll den süßen... Warte mal. Achtest du ernsthaft auf Fortnite-Skins und bewährst daraufhin die Mädchen? Nein, aber sie hat voll den... die süße Stimme. Ach, sie hat einfach eine süße Stimme, oder wie? Und sie sieht bestimmt auch gut aus. Und was macht dich da so sicher? Ja, Leute mit süßen Stimmen sehen immer gut aus. Ähm... Oh, ich muss sie retten. Oh mein Gott, ich bin tot. Bro, warum gehst du denn nur... Oh mein Gott, Digga. Was wird das denn, Bruder? Schade. Warte, warte. Können wir meine Freundschaftsanfrage annehmen? Ja, ja, warte, Bro. Ich nehme die FA und dann lasse die in die nächste Runde reingehen, okay? Okay. Okay, let's go. Wir sind direkt in der neuen Runde. Aber Digga, Josh, Bro, können wir einfach bitte nochmal zocken? Weil schau mal, du bist ja ganz korrekt und so. Aber lass doch einfach nochmal zocken, okay? Come on, Bro. Tja, aber die ist voll süß. Ja, ist doch in Ordnung. Aber dann lass doch einfach nochmal zocken. Tata, wenn dir das irgendwie zu viel wird oder so, dann kannst du das ruhig sagen, okay? Ja, ist schon gut. Okay, dann lass mal direkt hier unten landen, kommt. Wie heißt du denn jetzt auf Insta? Ja, ich sag's dir nicht, weil ich bin nicht so... Ich kenn dich nicht, weil ich kann nichts mit dir anfangen. Sag... Hä? Sie hat gerade gesagt... Sie hat gerade gesagt, dass sie dir ihr Insta nicht geben will. Warum soll sie dir jetzt direkt ihre Nummer geben wollen? Tja, vielleicht... Und so suchst du eine Freundin oder wie? Ja. Okay, aber ich glaub, das ist der falsche Weg, über Fortnite da ranzukommen, so. Tja, aber du musst halt wissen, ich werd immer zu Hause... Also, niemand mag mich. Ich würd halt gerne auch meine Freundin haben. Okay, aber ich glaub, schau mal, Bro, du musst doch... Du musst doch für das Mädchen attraktiv wirken und sowas. Dann kannst du doch nicht sagen, dass dich keiner mag. Wie kommt das denn rüber? Tja... Ey, ich weiß echt nicht, was mit dir los ist. Du bist irgendwie voll komisch. Hä, wieso komisch? Ja, keine Ahnung, du redest so komisch und machst... Du bist... Du bist... Ja, du bist halt einfach komisch. Tja, aber... Aber wieso komisch? Was hab ich denn gemacht? Ja, du verhältst dich einfach nicht normal, so weißt du? Tja, aber... Aber du bist voll süß und so. Ich will unbedingt... Ich will mit dir zusammen sein. Wir suchen hier so normale Leute in random... ...Squats und dann... Ey, Bro, jetzt hör mal auf, hier durchgehend hinterher zu werden und dir Sachen zu droppen. So, lass doch einfach normal zocken. Bitte, Bro. Aber... Aber du hast doch auch... Aber du hast doch auch voll... ...geinen Arsch. Ja, geh mal bitte weg, Alter. Bruder, was ist denn bei dir kaputt, Digga? Sie... Das ist ein Fortnite-Skin, Bro. Das ist ein Pixel. Nein, sie ist kein Fortnite-Skin. Doch, das ist ein Fortnite-Skin. Sie ist mein Mädchen. Dein Mädchen. Oh, nein. Geh mal weg, du ekelhafter, Alter. Aber wieso ekelhaft? Ja, weil du mich die ganze Zeit verfolgst. Geh mal weg. Ey, Bro, ich sag dir ehrlich, das ist echt der falsche Weg, an ein Mädchen ranzukommen, weil du kannst sie doch nicht verfolgen und dir Sachen droppen und dich dazu zwingen, dass sie dein Mädchen ist, hä? Ja, wieso denn nicht? Ja, Bro, weil das nicht klappt, Digga. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Ja, aber sie ist mein Mädchen. Tata, bist du sein Mädchen? Sie ist halt einfach meins. Nein, ich check nicht, warum er das denkt so. Aber ich will doch mal einmal eine Freundin haben. Ey, Bro, schau mal, Digga. Ich kann dir gerne ein paar Tipps geben und sowas. Aber ich kann... Also, ich gebe dir jetzt einen großen Tipp, okay? Das ist echt der falsche Weg, wie du das gerade machst, okay? Das bringt echt nichts, irgendwie hier vom Dach zu stalken und sowas. Spiel doch einfach vernünftig Fortnite und vielleicht findet sie dich ja sympathisch, dann kann sie dich ja auch ändern. Tja, aber sie ist die Perfekte. Warte, warte, komm mal her. Komm mal her, Tata, ich gebe dir auch direkt noch ein Stürfdingster. Ah, danke. Bitte, bitte, bitte. Nein, ich wollte dir die geben. Ey, hast du aber nicht gemacht, Bro. Warum soll ich jetzt weggehen? Ja, du kommst meinem Mädchen zu nah. Ey, wie willst du Stress deswegen, oder wie? Ich mag dich nicht, geh weg. Was habe ich dir denn getan? Ey, Tata, jetzt mal nur look, der ist echt komplett komisch, oder? Ja, du bist safe, ihr Freund. Nein, er ist nicht mein Freund. Guck. Ja, ihr lügt. Ey, ich bin ehrlich, was man für Leute in Random Squats findet, ist auch unfassbar. Schau mal, ich hab dir das gerne, weil ich dachte, dass du korrekt wärst. Und jetzt, Bro, chill doch einfach mal ein bisschen. Lass doch einfach Fortnite spielen, bitte. Ja, aber ich will nicht einfach Fortnite spielen. Was willst du denn dann? Ja, ich will sie. Sie ist mein Mädchen. Ich verstehe echt nicht, was du hier versuchst, oder so, aber... Ich will aber mit dir zusammen sein. Ich aber nicht mit dir. Ey, es geht irgendwann echt zu weit, Bro. Das reicht doch, Digga. Wenn die einmal sagt nein, dann ist doch nein. Du kannst doch nicht jetzt doch oft hinterherrennen. Chill doch einfach mal ein bisschen. Ah, ja, ich bin wieder da. Ich muss eben kurz was machen. Bro, das ist so komisch, ne? Du sagst, du machst dir das in Komplimente und dann bist du immer kurz für ein paar Sekunden weg, Digga. Was machst du überhaupt? Junge, what the fuck geht bitte bei dir? Ja, das sag ich dir nicht. Das ist privat. Ey, Tata, echt, Tata, echt, wenn das dir zu viel wird, dann sag einfach, wir liefen dann direkt, okay? Nein, ich lief ihn. Ich lief ihn. Komm mir nicht immer so nah. Geh weg. Hä? Ich liebe dich über alles. Bitte, ich will unbedingt mit dir zusammen sein. Ja, Mann. Ich will aber nicht mit dir. Check's doch einfach mal. Ich würde dafür sterben. Was? Ich würde mein Leben beenden. Hier, komm. Nein, hallo! Ey, Bro, chill doch mal. Komm runter, Bro, komm runter. Junge, was geht bitte bei dem? Ey, Bro, bau doch nicht so hoch. Komm runter da jetzt. Komm runter, Bro, das geht doch nicht. Chill doch ein bisschen. Hä? Komm, lass doch einfach gescheit spielen. Wenn nicht, dann töt ich mich. What the fuck? Ey, okay. Ne, Tata, weil wir liefen, weil das ist echt gerade ein bisschen komisch. Ich glaube auch. Ja, lass lieber liefen kommen. Nein, nicht liefen, bitte. Nein, bitte, bitte. Nein, bitte, Babe, ich liebe dich über alles. Bitte nicht liefen. What the fuck? Bitte nicht liefen, bitte. Tata!